Let's get these bastards Willkommen zurück zu Call of Duty Infinity Warfare der gepflegten Unterhaltung So dann machen wir hier mal weiter wo wir letztens aufgehört haben und zwar ist hier immer noch die Operation Hafenrüstung Frachtlager Los geht's Komm start 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 los geht's hier Und go So dann werden wir hier mal aufräumen Eliminieren sie die SDF Skalter Machen wir Komm her du Bastard Alter Nein Boah war das knapp Alter Na fuck Na fuck Dann holen wir uns die anderen hier Sehr schön Komm her hier Bleiben wir dran Jetzt hängen sie zurück Ach Fuck Oh oh Komm 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 Sehr schön Komm her ihr Wichser Komm her ihr Komm her Ja Jawohl Nur fast Jawohl Sehr schön Oh Was ist das, ey? Alter, was ist denn das? Riesenschiff, man. Ja, ja, ja. Oh, komm, 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 komm. Jawoll. Exzellent, ey. Ah, komm her, du. Ich mach dich platt, man. Yes, man. Boah, geil. Gut gemacht, Skars. Gut gemacht. Hafen gesichert, Käpt'n. Bestätigt. Skars. Sammeln für Orbitalstart. Verstanden. Oh, wie geil, ey. Ries, wir sind in Position. Warten durch. Autopilot aktiv. Gut gemacht, Marine. Transport organisieren. Wir treffen uns bei der Rescue. Ja. Ja. Raider, Tigris hat einen Bugboard-Motorscheibe. Er bitte sofortige Unterstützung. Raider wird an Bord des Kriegsschips gehen und das ausschalten. Warten Sie. Wir gehen über die Bugboard-Bugseite rein und dann schwerelos zur Brücke. An Bord deaktivieren wir die Brücke und die Hick-Kampfsysteme. Verstanden. Nach Deaktivierung gehen wir über die Frachtrampe raus. Bestätigt. Tigris greift an, wenn wir bereit sind. Sehr schön. Im Blick. Tigris, haben Sicht. Bestätige Sicht, Deckungsfeuer. Oh, geil. Wir nachfiebern. Auf die Flagge aufpassen. Sehe ich. So muss er sein. Küstenbach-Järkel abgeschossen. Absprungzone zu Haus. Absprung in drei, zwei, drei. Eins. Und los. Eins, zwei, raus. Eins, eins ist raus. Nur für die Rekord aufsdruck. Schalten Sie die Premier-Verteidigung aus. Wo gehen wir? Feindkontakt. Ja, ja. Ich sehe sie. Ich sehe sie. Oh, komm, komm, komm. Wir brauchen unser Stützungsfeuer bei den Skeldern. Weiter vor. Oh, komm her, du. Ja, Mann. Du bist der Nächste. Oh, cool. Boah. Ey. Highlight. Ah, wie gefällt dir das? Hinter diesen Kisten. Nordseite. Oh, scheiß Nachlarn. So, ihr kommt alle ran. Nein, da wollte ich nicht schon. Verdammt. So, ist hier noch einer. Da ist noch einer. Sehr schön. Nord. Ah, dreh, dreh, dreh. So. So, weiter jetzt. Boah. Boah. Los, rein da. Staff Sergeant, den Ausgang decken. Ah. Dein. Riebe-Waffen ausschalten. Aye, sir. Sorge, auf die Fenster achten. Aktiviert die Schmerkraft. Ja. Ich hole die Offizierskarte. Nicht schlecht, ey. Tigris, Primärwaffen erledigt. Weiter zu den Sekundären. Verstanden. In den Schacht runter. Los. Ja, ja, warum eigentlich noch nicht? So, weiter jetzt. Ah, sieht schon nice aus, ey. Leise. Sie wissen nicht, dass wir hier sind. Na ja, man, das sieht geil aus. Die Gefechtssteuerung ist hier. Ein Weg weiter unten. Verstanden. Aufmachen. Brücke ist der Niveau. Warte nicht geortet. Verstand auf Aktivität. Na ja, entspannt euch mal. Wunderbar. Ah, Wasser gekühlt hier alles, ey, geil. Bin dabei. Sieht wie feindliche Kriegsschiff-Positionen aus. Können Sie das ziehen? Schon runtergeladen, Sir. Sehr gut, dann los. Tigris, Waffen deaktiviert. Gehen zum Ausgangspunkt. Staff Sergeant, bringen Sie uns raus. Das ist aber flinkt, der Bürsche hier, ey. Ja. Das war schnell, even ausgezeichnet, Sergeant. Warum auch nicht? Das war nicht viel Zeit, ey. So, was haben wir hier? Ach, so ein Waffenlager hier. Was haben wir denn hier, Schönheit? Boah. Boah, die ist aber geil. So, weiter, mal hier, Schönheit. Oh, nicht schlecht. Oh, nicht schlecht. Guten Morgen, Leute. Muss da sein. Alter, die Waffen, ey, geil Kannst ja ruhig hier aufräumen Komm her, du Ja, Mann, das ist geil Ja, Mann, komm her, ja Ah, wie gefällt euch das Ja, Mann, das hat Style, wa Alter, mach den Kopf zu da oben Boah, ein bisschen rot hier Komm her, du Boah, Granate, jawoll Adios, amigo, Alter Fein, na Oh, ja, geil Der hatte richtig Druck, ey Boah, was für eine Explosion, ey Mission abgeschlossen Tigris Scarflug ist unterwegs Stratcom hat Tigris für einen Einsatz außerhalb der Einsatzzone freigegeben Wir sehen uns sicher wieder Wir sind die einzigen, die den Feind fernhalten Guten Flug, Captain Reyes Danke, Captain Farron Oh, das war wie eine Atombombe, ey, geil Durchstellen Ja, Sir, hier kommen Sie Kommander Reyes, Stratcom hat einen Flockenfunkspruch entschlüsselt, den Admiral Kocz sechs Stunden vor dem Angriff abgeschickt hat Okay Admiral, fahren Sie fort Heute Startet die Sonne hier oben auf Hier und jetzt werden wir die Herrschaft und den Einfluss der Erde beenden Unsere Welt steht am Anfang Ihre stirbt Das Losreißen reicht nicht Wir werden Sie brechen Ihre Städte werden brennen und die Seiten Ihrer Geschichte Captain, Sie werden nicht aufgeben, bevor Sie unsere Welt haben Das könnte unser letztes Gefecht sein Verstanden, Sir Schiffreiter repariert, Sir Angerdeck Einsatzbereit Gute Neuigkeiten Ich schreibe gleich mal einen Einsatzbereit Ethan begleite Sergeant Omar, hilf ihm bei dem Bericht Ja, Sir Ich hab das schon im Griff, Captain Ohne Zweifel Du hast deine Befehle, Ethan Natürlich, Sir Sehr schön Würd ich sagen, machen wir erstmal Stopp Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und einen Kommentar da Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Mission Und zwar Retribution zurück im Kampf Also, bis dann!